Das Universum hat zu uns gesprochen, jubilieren die Wissenschaftler jetzt nach der Entdeckung der Gravitationswellen. Wir wollen hier im Deutschen Museum darüber sprechen und das möchte ich tun mit Professor Harald Lesch, einem Astrophysiker, der mir die Frage beantworten muss am Anfang, müssen wir jetzt alle unser Leben ändern nach dieser Entdeckung? Nein, das müssen wir natürlich nicht. Das ist eine tolle Entdeckung, aber unser Leben müssen wir nicht verändern. Untertitelung des ZDF, 2020